Boah, ist das schon dunkel, Freunde. Moment. Der ist ja rotze schwarz, der Hannel. Ach, besser. Eigentlich nicht. Warte mal, wo kann ich das hier wieder umstellen auf normal? Geht das nicht mehr? Oh, nee. Freunde der Sonne, ich weiß, dass das Video furchtbar spät kommt. Ich kam auch furchtbar spät nach Hause. Ich hätte auch das von morgen auf heute ziehen können und einmal tauschen. Nee. Nee, hätte ich können, will ich nicht. Ich würde jetzt gerne noch duschen. Und habe mich so schnell an den PC gehockt. Ich kam von der Schule, ich habe eingekauft, ich habe Essen gekocht. Es kocht auch im Hintergrund immer noch vor sich hin. Ich war duschen und hier sitze ich. Ich habe mich echt beeilt, okay? Don't judge me. Muss mal aus dem Schnee raus, das geht ja gar nicht. Freunde des Schnees. As you can see, es hat geschneit. Auch in Jorvik. Das kommt mir jetzt komisch vor, weil ich bringe jetzt gerade schon hier Winter-Update-Video raus. Und zwischendrücken kommen, wenn man ins Kalender noch so welche zu Halloween. Naja, egal. Ich habe mir noch nicht meine News durchgelesen, weil ich glaube, das Update hat halt sogar ein bisschen länger gebraucht. What happened? Das Winterhoff hat seinen Glanz verloren. Ich habe ja nichts gegen viele Quests. Aber es ist 17.39 Uhr. Wann soll ich denn fertig werden? Der Juhlbaum. Frostige Aufregung. Was auch irgendwie eine Fixung? Frostiger. Rennen sind immer gut. Neuer Spielanfang. Hä? Unsere neuen Spieler kommen in den Genuss eines brandneuen Spielanfangs. Irgendwie cool. Klingt nach einem neuen Account. Ich würde das gerne mal spielen, bin ich ehrlich. Neues Startreitzubehör. Mehr Reitzubehör für alte Pferde. Das ist sehr gut. Die Nightrider Katze. Ich glaube, das Erste, was wir machen, ist, dass wir nach Moorland düsen. Nächste Woche kommen dann die neuen Pferde. Ja, meine Freunde des Hohne, das war es auch schon in dem Video. Ich wünsche euch noch was. Bleibt gesund und ciao, kakao. Okay, Spaß beiseite. Wir hatten noch nicht mehr das Intro. Okay, einmal bitte das Intro einfügen, weil ich gerade keinen Übergang hinbekomme. Gracias. Ich, äh, hier, okay, okay. Was willst du von mir? Ja, du kleiner Mann. Ich muss dich jetzt aber kurz. Du musst jetzt mit. Ich muss eh nach Moorland. Also, von dem her. Oh, aber können wir das nicht wieder umstellen? Ist ja laut heute wieder. Können wir das nicht aber irgendwie wieder umstellen? Also, ich... Natürlich freue ich mich, dass Schnee da ist. Aber es... Mir ist kalt. Das kann ich bestimmt dann erst machen, oder? Ah, nee, da oben. Oh, schön. Ha! Moment, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Wir wollten zum Shop. Yo, hat die Katze Augenbrauen, oder was? Wahrhaftig eine komische Katze. Ich habe jetzt keine Satteltasche dabei, aber... So was habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Winterdorf, wir... Nee, ich muss zur Frau Holzwurm. Ja, was ist denn hier los? Wer bist du denn? Was ist mit Justin passiert? Justin sieht aus wie Ken von Barbie. Oh Gott. Mein Gott. Das wollte ich nicht. Ehrlich nicht. Ich... Das war die Kamera. Justin hat einfach eine Überarbeitung bekommen. Stand das irgendwo? Ich habe noch nicht mal irgendwas gesehen, dass es jemandem aufgefallen ist. Bin ich die Erste? Hi, Edewitzka. Ich glaube, ich sollte... Also, ich bin ja nicht so eine, aber so eine bin ich. Ich lasse jetzt mal für euch den Schnee an. Weil ihr würdet euch sonst drüber aufregen. Jetzt haben wir schon den Schnee. Ich mache jetzt den aus. Entschuldigung. Wo mache ich denn überhaupt schon wieder hin? Was mache ich hier? Wie feierst du eigentlich die Katze? Die kalte Jahreszeit. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich verbringe meine Zeit nicht mit Familienfreunde, weil das habe ich nicht. Ähm, ich besorge tatsächlich Geschenke und dekoriere winterlich. Ich liebe es zu verschenken. Das ist so meine Love Language. Ich liebe es, Geschenke zu machen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Also, ich bin selber so... Natürlich freue ich mich selber auch über Geschenke. Aber andere zu beschenken... Boah, es gibt... Es ist ein sehr schönes Gefühl. Vielleicht kann das irgendjemand relaten. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich meine, man gibt ja Geld aus. Das kann man... Man muss es nicht verstehen, okay? Daddy ist halt die exakt gleiche Quest wie letztes Jahr. Ähm... Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen alles für euch durch. Das ist jetzt nicht so... Der Burner... Also, schon, aber... Nix Neues. Also, wenn ich mich nicht irre, habe ich sogar noch einen ganzen Haufen Wintermarken im Inventar. Nicht im Inventar, im Lager. Oh, hier, warum sind es lila? Was ist denn hier los? Hier ist ja alles so dunkel. Riecht ihr das auch? Hier riecht es voll gut nach Essen. Naja, irgendwie komisch, wenn ihr das auch riechen würdet. Vielleicht riecht ihr es trotzdem. Also, wenn es bei euch auch gut nach Essen riecht, das ist... Ich habe für euch gekocht. Warum level... Oder warum sitze ich eigentlich auf einem ausgelevelten Pferd, wenn es XP gibt? Das ist so typisch hier. Ui. Oh, ja, komm, wir nehmen gleich unser Lager mit. Natürlich, wir nehmen es mit. Wir gehen rein. Wir holen unsere Winter... Da haben wir jetzt aber ordentlich viele. Das guckt doch schon mal prima aus. Jawohl. Ich sag's euch, sammelt immer für das Jahr danach Marken. Was haben wir da? XP fürs Pferd. Das wäre eine sehr, sehr schlimme Verschwendung. Deswegen, hier gibt es auch nochmal einen Shop. Da könnt ihr nämlich die Marken eintauschen. Jau. Oh, ich kann mir das nicht mal richtig angucken. Der da ist echt nisch. Aber der Sattel, der kommt. Den nehmen wir mit. Und die Stiefel? Den nehmen wir mit. Den Helm, den nehmen wir auch mit. Boah, das gefällt mir gar nicht, ne? Warum gehen die Marken weg? Eigentlich würde ich jetzt das Bosa nehmen wir auf jeden Fall mit. Pulli nehmen wir mit. Ne, die Hose sind ein bisschen kalt. Das nehmen wir mit. Oh nein, jetzt bleibt uns schon gar nichts mehr übrig. Jetzt ist alles weg. Ich habe mich gerade voll gefreut. Das bringt der gar nichts. Nein, das bringt es schon. Also, oh, hello. Ja, Freunde, ich werde ein bisschen Schorweg-Jillinge fahren müssen. Da gibt es wahrscheinlich, ich hoffe, nächste Woche noch einen Shopping-Haul mit den neuen Pferden. Hier sind alte Sachen. Das ist doch nicht alt. Ich habe den Pullover noch nie gesehen. Ich finde die auf einmal voll schön. Warum habe ich auf einmal Heu in der Hand? Ich habe mit dem Pferd noch nicht mal gefüttert. Oh, ich nervte es total. Ich locke mich jetzt nicht aus. Ne, mache ich nicht. Ich vergisse es. Der Monokel habe ich noch nicht. Okay. Also, von vielen Sachen bin ich gerade verwundert, dass ich die noch nicht habe. Sind es die Katzen? Brennen explodiert gerade unten in den Ofen oder ist irgendjemand da? Moment. Also, das Haus des... Das Haus des Städten. Oh, sorry. Oh, wisst ihr, was ich vorher vergessen habe? Ah, hier. Äh, Adventskalender. Hello. Geschenke. Scheiße. In Türchen Nummer 1 befindet sich. Ein Beanie. Aha, okay. Wo ist der da? Der das? Ah! Für was? Spieler oder XP fürs Pferd? Ach, ich kriege die Krise. Ich sage es euch. Nummer 3 Futter. Juhu. Vielleicht habe ich dann... Naja, nee. Nummer 4. Fert XP 500. Ich kriege einen Vogel. Ich sage... Nee. Jorvik Schillinge 2000. Okay. Und heute kam eine... Strickjacke. Wo ist die? Wieder? Oh! Oh, das ist jetzt nicht so mein Fall. Naja. Meinem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber eine AKU sollte man trotzdem machen, oder? Oder? Verstehe ich auch, warum es am Anfang hieß, es fehlt... Es ist halt rotzedunkel. Ja klar, man sieht was. Oh, da steht ein Elch, Alter. Aber es ist dunkel. Keine Ahnung, wie ich... Es sind überall Elche. Wie wir da mit unserem Heu rumlaufen. Es war nicht meine Schuld. Was? Oh, der heißt Flummel. Zumindest nicht 100% meine Schuld. Er weiß gar nicht, wie viele Anfragen ich auf einmal für Clubs bekomme. Chilt alle mal. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass der Kristall so zerbrechlich ist? Oh, wie konnte das nur passieren? Das ist wirklich schlimm. Der Winterkristall ist zersplittert. Oh, wei. Oh, je. Aha. Boah, anstrengend. Na gut. Wenn wir das jetzt alles aufsammeln, müssen wir noch mehr von dem Käse einsammeln. Äh... Dieser Balken zeigt an, wie wir ihn in den Mitten... Ah... XP des Pferdes? Achso, das ist eine Belohnung. Ich glaube, wir sollten langsam echt mal das Pferd wechseln. Da ist einer. Ah, okay. Also diese Kristalle sind hier überall random verstreut. Und die müssen wir einsammeln. Ein Kristall bringt logischerweise einen Punkt. Und dann kommt halt nach und nach... Oder? Kriege ich echt am Schluss noch 50 XP fürs Pferd? Ey, weil die letzten letzten Videos meinten, sowas Pferd falsch geschrieben. Ich sag immer Pferd. Ohne P, Freunde. Die OGs sollten das eigentlich wissen. Das ist ein Insider. Ähm, das mit dem Einsammeln mache ich, glaube ich, mal in Ruhe, wenn ich Zeit habe. Weil die Zeit, die fehlt mir tatsächlich. Also ich sammle jetzt nicht mit euch alles ein. Aber es ist ähnlich wie in Hollowoods. Erkenne ich. Gerade. Widerspricht mir, wenn nicht. Oh, da ist ganz viel. Nee, doch nicht. Bin blind. Die, äh, hier, ähm, wichtig zu wissen. Die alten Pferde gibt's natürlich auch wieder. Und für die Sparfüchse unter uns. Die sind billiger als sonst. Die wiegen, wollte ich schon sagen. Die kosten nur, ähm, das Spieltis hier kostet anstatt 949 nur das 749. Also wenn ihr euch überlegt habt, euch eins zu holen und letztes Jahr keins kaufen konntet, dann holt euch eins alleine hier. Das Hydron 649. Das Brinickel 399. 599, Jungs, ey. Oder auch hier, das Fonziek. 599. Da, da, also, nee. Wenn ihr da nicht zuschlagt, dann weiß ich nicht weiter. Den eigenen Pinguinen hab ich immer noch nicht. Den Hund hab ich schon. Ich weiß nicht, warum ich mir den nochmal kaufen kann. Haben wir noch irgendwo noch einen Shop? Ah, hier. Ich blindfisch. Okay, da ist alles gleich geblieben. Aber die Sachen sind cool. Kann ich übrigens nur empfehlen. Viele haben gefragt, wo hab ich meine Hose, etc. Von hier. Also den Shop hier, der bei den Ferners empfehlenswert. Ich dachte grad, da steht ein Adenna, weil die kommen ja nur rein. Ich hab einen Spoiler gesehen. Ich spoilere euch nicht. Aber, ich kann euch sowieso sagen. Ich find die voll, voll, voll schön. Ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden, wenn ich nicht möchte. Ähm. Das wird spannend. Also ich freu mich. Natürlich. Ich bin mit allen mit der Bedeutung. Ihr wisst, die Alte spinnt. Ich hab jetzt hier noch ganz viele Quests, beziehungsweise Rennen. Das sind, glaub ich, hier Rennen. Das weiß ich nicht. Das auch nicht. Wie komm ich an Schneemarken? Fällt mir gerade ein. Ich denk mal auch bloß an die Durchdielen, oder? Vielleicht hat der Dude mir das auch erklärt, aber ich hab nicht aufgepasst. Das ist ja jetzt natürlich scheiße. Ich geh mal nochmal zurück. Oh, irgendwie ist es viel angenehmer für die Augen. Also, es ist hell, aber es ist viel angenehmer. Oh, Brüder, der ist Sonne. Der ist Winters. Ach ja, stimmt. Der ist nicht, stimmt. Gebt ihr auch nochmal. Ähm. Ich will Hollow Woods angucken. Wenn Schnee da liegt. Unbedingt. Oh mein Gott. Wir kennen ja Hollow Woods mit Schnee noch gar nicht. Das ist... That's a... Das wird eine Premiere. Vielleicht habt ihr das euch ja schon angeguckt. I don't know. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich weiß, ich bin spät dran. Ich muss es kurz so. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab mich jetzt verlaufen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr dieses Video seht und wie viel überhaupt den Algorithmus ein bisschen zu pushen, weil ich dieses Video wahrscheinlich relativ spät hochladen werde. Aber ich möchte es noch heute hochladen. Mir ist das wirklich wichtig. Sonst bin ich nicht zufrieden. Deswegen brauche ich eure Hilfe so ein bisschen. Pusht den Algorithmus mal. Schreibt fleißig Kommentare. Teilt das Video gerne in eure Story. Von wegen... Ja, ich guck grad. Linas Video etc. Ähm... Und jetzt... Gucken wir uns mal Hollow Woods im Winter an. Ich weiß nicht, was ich erwartet hab. Aber irgendwie... Hab ich mehr erwartet. Aber warum? Das ist natürlich Hollow Woods im Winter. Warum hab ich mehr erwartet? Weil stimmt mit mir schon wieder nicht. Ich glaub, ich will den See sehen. Oder die Flüsse. Dein Käse da. Das ist doch dieser kleiner... Dieser kleiner Bach. Ist das gefroren? Nein! Warum? Oh! Oh! Hier ist es gefroren, oder? Wenn ich bohren vergleiche. Ah, nee. Hä? Ah, wir müssen da rüber. Hoppala. Oh, ist das anstrengend. Nee, der ist auch nicht gefroren. Aber da unten ist gefroren. Seht ihr das? Ist ja klar. Da ist ja dann noch das drin, ne? Interesting. Interesting. Falsche Karte. Also ich wollte grad hier mal ne Abmoderation machen. Das geht nicht. Besser? Ich steh im Wasser. Es sieht so doof aus. Es sieht so doof aus mit dem. Oh, mein Gott. Also, Freude der Sonne. Ich hoffe, euch gefällt das Update. Das Winter-Update. Und es ist voll viel jetzt auf einmal mit Sachen suchen. Ich bin ja hier noch nicht mal fertig. Und dies und das und ananas. Aber das ist okay. Wir wollen ja mehr Beschäftigung in der SSU. So ist es nicht. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abend? Nacht? Keine Ahnung. Bleibt gesund. Und ciao, Kakao. Nee. Nee. Untertitelung des ZDF, 2020